Wollen Sie meine Seele retten? Ich hörte Sie am Geburtstag. Ja. Die Party fängt gerade erst an. Sein Name ist Callum Lynch. Wir haben seine Blutlinie 500 Jahre zurückverfolgt. Bis zum Credo der Assassinen. Callum Lynch. Für den Rest der Welt da draußen existieren Sie nicht länger. Was ist das hier? Das ist Ihre zweite Chance. Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was Sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen Ihres Vorfahren, der seit 500 Jahren tot ist. Warten Sie! Willkommen bei der Spanischen Inquisition. Was ich da drin sah, hat sich echt angefühlt. Das war es. Die beobachten dich, wollen sehen, wer du bist. Ich glaube, Ihnen ist Großes bestimmt. Finden wir's raus. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Langsam gefällt's mir. Langsam gefällt's mir. Wir werden unsProf기� норм sein. Wir werden! Wir warten. Wir werden crucified. Na, da. Vielen Dank.